Hast du jemals Angst gehabt, dass nachts jemand vor deinem Fenster stehen und dich mit entsetzlichen Blicken anschauen wird? Nun, es ist dein Pech, dass du angefangen hast diesen Text zu hören, denn ab heute kennt es dich. Es wird dich jeden Tag beobachten, für den Rest deines Lebens. Es weiß, was deine größten Ängste sind und du kannst es nur um exakt 3.59 Uhr für einen kurzen Moment lang sehen. Manchmal steht es um diese Uhrzeit vor deinem Fenster oder du siehst es in einem Spiegel. Es macht sich zum Beispiel durch einen kurzen Klopfton an deinem Fenster bemerkbar. Du willst es unbedingt sehen, doch sei gewarnt, wenn du es siehst, wirst du an einem grausamen Tod sterben. Es ist so grauenhaft, dass man es nicht mit menschlichen Worten zusammenfassen kann. Am besten wäre es, wenn du einfach weiter schläfst, falls es da ist. Auch wenn du nicht schlafen solltest, während es da ist, solltest du deine Augen einfach geschlossen halten. Es wird dir nichts tun, solange du es nicht ansiehst. Falls du aber zu den Unglücklichen gehören solltest, die es tatsächlich gesehen haben, gibt es nur 3 Optionen. Erstens, du schaust, dass du so schnell wie möglich stirbst. Am besten wäre es, wenn du dir eine Pistole besorgst, um schnell Suizid zu begehen. Zweitens, du akzeptierst deinen Fehler und lässt die Grausamkeiten über dich ergehen. Glaub mir, du willst nicht wissen, wie du sterben wirst. Drittens, du rennst, so schnell wie du kannst. Renne einfach, bleibe nicht stehen und gehe in kein öffentliches Gebäude. Erzähle niemandem von dem Wesen, was du gesehen hast. Renne einfach so schnell wie es geht aus dem Haus und laufe die Straße entlang. Falls du einem Menschen begegnen solltest und ihn darauf ansprichst, dass du verfolgt wirst, wird diese Person lachen. Sie wird so grausam lachen, dass du wahrscheinlich aus Angst einen Herzinfarkt bekommen wirst. Nachdem diese Person gelacht hat, wirst du den grausamsten Tod aller Tode sterben. Falls du jedoch das Glück hattest, keinem Menschen auf dem Fluchtweg zu begegnen oder ihnen auswecheln zu können, musst du so lange in Bewegung bleiben, bis die Sonne aufgeht. Du denkst, du wärst in Sicherheit. Du hast keine Ahnung. Für den Rest deines Lebens wirst du das Lachen eines Kindes hören. Bete, dass es nie aufhören wird.